Also ich persönlich mag Leute total gerne, die verrückt sind, die crazy sind, die große Ideen haben, weil ich glaube, wir denken alle viel zu klein. Ich musste also mein Umfeld ändern und Leute in mein Leben ziehen, die größer sind als ich. Und wenn ich etwas haben möchte, müssen sich nicht die anderen umstellen, sondern ich muss mich umstellen. Ja, der Markt wartet ja nicht, bis du fertig bist, sondern der Markt nimmt fertige Menschen. Ja, zieh mal die Maske ab im Büro bei den Menschen, mit denen du umgehst und schon werden die dich ernster nehmen.